Jakob Andrau Ich bin hier mit Jakob Andrau in Loma Plata beim Pflegeheim. Dankeschön Onkel Andrau, dass wir das hier morgen kennen. Kann ich fragen, wie alt Sie sind? Ich saß einen Tag und dich. Ich weiß noch sehr viel von den Ansiedlungstiten und von den Kindern. Wie viele Geschwister haben Sie? Alp. Ihr Alp. Sie haben dann irgendwann ein paar verloren. Kannst du Beethoven erzählen, was da passiert ist? Wie alt wirst du dann? Ich war mir 14 Jahre. 14 Jahre? Ja. Ich war mir 14 Jahre und dann war mir das wirklich. Und dann habe ich mir im Nachhinein mit Arich. Und wir können ja wieder die Augen gescheitert haben. Und dann habe ich die Brüder gesagt. Und dann habe ich die Brüder gesagt. Und da haben wir nach dem im Nachhinein gescheitert. Ich hatte mal ein paar Jahre gegründet, und dann habe ich mit zwei ein paar Jahre gebrochen. Und dann habe ich uns ein paar Jahre nachgebracht. Und dann kam sie an der Stelle, und dann habe ich sie gesagt. Das war sehr wunderbar. Es war sehr dunkel, wenn du mit dem Österhahn kommst, dann war es sehr dunkel. Und dann kam dann das Spielbespeculation in die Europäer an die Papa auch. Aber dann ging es mit den anderen Taubchen. Und dann hat die Mama gefragt, wo er mich nicht macht, ob er die Taubchen holen muss. Und dann hat er gesagt, ob er einmal fehlte, ob er die Taubchen dann wäre. Und dann hat er gesagt, dass wir mit der Taubchen treten können. Ich hee das schon seit 500 Jahren, dass da auch etwas passiert war. Von Anschenk und mein Onkel treten. Mein Onkel Jacob. Und meine Mama war dort auch hier. Und dann habe ich mir das klar, dass da auch etwas geworden war. Wie war da auch seine Anwälte? Wie war da auch? Das fliegt das einmal. Und dann regnet das so, ja. Das ist gut, als das anfängt zu sadern. Und dann fliegt das so. Und dann regnet das so. Und dann ist das so, ja. Und dann... Als ich mit dem Speicher wäre, dann bin ich mal da. Und dann... Ja, ja. Und dann sagt er, was das geworden wäre. Und dann in die Tietje kommen. Und dann legt er die Pier tauchen. Und dann ging er ein Stummetje. Und dann ging er die Pier dann Kralen anlaten. Und dann... Und dann wird jetzt dann so, dass... Mein Bruder, die wir... Auf der Stab, die fern... Oder in der... Kommissionische Fernse... Bleiben die... Wutterlache in die Blotte. Mit Pier in die Hand klebt, so, ja. Ah, okay. Und... Man muss... Zin ans Tage sich mit... Anzus Müller... und dem Bargo dann... Vorher mein Bruder hole. So muss... Na wir es sind, der... Für den Fehler, die da. Und... Und dann noch... Dann denke ich mir so... Was hat er geohnt haben? Oder... Irgendwas passieren würde. Vielleicht nicht mehr... Was war... Oder was passieren würde... Oder... Das lebeet was he geohnt haben. Und dann habe ich mit... Und dann habe ich mir gedacht, dass ich mich da breitgemacht habe und man mit einem Moment irgendetwas wartet hat und dann wollte ich reinziehen. Das habe ich mir nicht so gedacht. Wo stellt man sich das vor? Wo ist das passiert? Wie ist es unter einem Baum? Wie ist es dort? Rot, wo ich bin? Ich glaube, es stand so weit. Und dann kamen wir mit auf. Es standen zwei Päriserbäume. Und jetzt ein Päriserbäum. Und dann kamen wir mehrere Stunden. Und dann kamen ein Ost, da kamen wir an. Und zwei Konten sind auf die Schattenstripte. Und den Sturm von Twizidog, da warst wir damals so breit. Und bei uns war ich, da haben wir nichts gefunden. Und die Stammlinge fielten dann zum Ohrbär, der aus der Hand kam. Dann hatte ich da mit dem Schattenbäte in die Weile in den Strieb. Und dann kamen wir zum Biet. Und dann rief ich, dass wir ganz durchsächtig, durchsächtig, durchsächtig Kloß. Und da waren wir ganz hin und an mit Backage. Und dann kamen wir zum Biet. Und dann kamen wir zum Biet. Und dann kamen wir zum Biet. Und als ich mich mit dem Papa bezieht, dann sagte ich, dass ich auch, wo wir das letzte Uhr lachen können. Als es wandert ein Stein oder so, was es ist, was hartet, fastet, was da so rauf? Ja, das schleht, ja. Raufschläht. Ja. Und so, wahrscheinlich hat sie gefuetst uit gewesen. Ich wurde gefuetst uit gewesen, ja. Und sie lag dort dicht bei dem Baum? Ja, ich hatte ein bisschen Auffleisch. Ein paar Mal. Ja, okay. Und dann war die Piet angespannt? Na ja, als das erst oben wäre, das wäre ich hier oben, bei Fieberrand. Halt viel Fleisch, so war. Und ich wollte am der Lege, aber bitte. Ich konnte ja nicht weg, ich habe mich mit vor. Und so was dann, ich hatte die Stichstelle, dann kamen wir meine Menschen an. Dann war es ein Banner, und dann haben wir gesagt, die Bräder abgelegt, dann haben wir die Bräder abgelegt. Und, äh, und, äh, die Taisi gehandelt, ich war dann mit Bräder holen. Und, äh, und dann, äh, und dann, äh, als die Papen die Bräder nachgedracht hatte, dann war es sich eigentlich so, würde noch sehen, es wäre, was, dann schon hatte, wie kam er, und, äh, und dann, so müssen wir, dass Leute, was Gott, dass sie es wohl getan haben. Und, äh, und, ja, wie die Leute zu sein. Ich hab, Gott hat auch, schlau, und, und, äh, wir, 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 und, äh, dann war es nicht nach, einem Krankenhaus gebracht, oder so? Nee, das war ganz klar, das habe ich, mit einem, der Ramje, so, dass, äh, und, äh, mit einem Ramje töten, und, äh, und, äh, das, äh, ganz gut. Mhm. Gut, dann, wie ihr bestemte Giraffen ist, und so, wo, wo du sie da noch her wieder? Ja. Dann muss man, mit Jund, äh, wieder die Wirtschaft bei der Zarya, da wöll ich nicht wieder? Ja. Mein Bruder, die wir ja alle als Eich, und, äh, und wir wusste ja auch, wo wir, und, wir wusste ja auch, dass wir wollen, und, äh, 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 mit jarn Kalver den Person ج roar, und, äh, und, äh, und, ähm, dämmere, und, äh, Er ist dann mein Saarstehen gewesen, das ist Papen des Fluch. Die haben dann auch mit der Achterregel gelehrt von Papen. Und dann wieso wieder? Ich leid mich dann noch von Abend mit Versaar und dann war ich halt auch selbst was gelehrt. Halb das da beginnt dann wieder wirtschaften? Ja, mein Onkel Jakob, der einmal wird geplügt. Oh. Und das nicht. Ja. Gaut, aber erst redet wievand, dass die dann als Tjenja verdeilt werden? Das war das Mestbild noch hergemaakt? Nein, das bleibt zwei Jahre lang. Du auch? Ja. 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 Ich war nicht für die Einfuß, aber mein Bruder hatte ein bisschen Eier. Und ich hatte dann noch von der Kampiljöne ein Bad an den Lungenblatt aufzuhören. Und da holte ich ihn gern oben und danach führte ich die Tito an. Und dann führte ich die Firma nach dem Auffall verabschloten. Meilen und so, was sie dann bestellt hatten. Und ich finde das noch nicht schwer, was sie noch waren. Und wir konnten dann noch ein bisschen wieder leben. Und dann war das so, dass die Tjenja verdeilt waren und was, und was, was das ist. Und die Helfe wurde vielleicht nicht geblieben. So, die Mama musste dann mit der Helfen Tjenja sein Leben dort te machen. Ja. Und die, du wirst dann auch, wo andere Wensch ungebracht. Ja, andere Wesen, ja. Aber du wirst dann auch bestimmt SARS ziehen, glaube ich, bei der Lothar, ja. Ja. Wo fällt sich dort? Mal bei anderen Älteren? Jens, du wirst trotzdem dann einmal in den Hüssen nach einem Mann spazieren? Ähm, na ja, als ich dann bei anderen daheim war, war von der SARS-Dich nicht. Also genau, mit ganz alles. Weil wir in jedem Jahr an die Tiz nicht bei Mama waren. Ah, das wird weit auf? Das wird weit auf. Ah, okay. Und als ich in den Hüssen auch war. Ja. Ja. Dann, äh. Und 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 dann, äh. Okay. Und dann, äh. verspürt mich da da. Und dann, äh. Und dann, äh. Ja. Und dann, äh. 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 äh. Ech hab ich nicht ját. Mach ich ja nicht. Und meine. Ja. Dann, ähm. Und dann, äh. Und dann, äh. Da muss ich nicht sch pasture. Äh. Und dann, äh. und dann, die will ich auch. Und dann, äh. Und dann. Die muss ich gar nicht. Und dann. Und dann. Und dann. Da will ich dann. Wenn ich auch. Ja. Okay. Und wir haben auch die Folgen, die wir da waren, und die haben die drei, die wir da waren, und die haben die drei, die wir da waren. Und dann schickte ich mich drauf, und dann sagte ich, ich kann noch zum Leser. Und mich fiel dort, aber ich wollte da wieder wohnen, und die haben die Punkte an, und dann leidte ich mich da. Musst du dich der Herr noch aufbetullen? Ja, ich sehe dann, ich bedanke mich dafür. Ich kann mich gar nicht besagen, dass er mir da war, dass er ein Kante gestalt hat oder nicht. Also vielleicht die Schanke? Ja, ich leidte, was die Schanke sind. Ja, sie erscheint das, wo das hier alles war. Ja, das kann ich nicht sagen, was alles war. Nach gotisch geschrieben und grotisch geschrieben. Lesest du noch von dort an diese? Ich denke noch am besten, aber ich habe hier noch das Testament, das habe ich noch geschrieben. Ah ja. Ich kann damit vielleicht sein. Ja. Ja. Dann werde ich hier Berndenmeier lesen. Aber da bin ich auch nicht da, Bernden. Das ist noch der Olle Schraff, gotisch. Das ist Olle gotische Schraff. Ich konnte ja nicht lesen, Meier. Nee. Nee. Ja, das darf ich noch lesen. Gut, Onkel Ander, habt ihr vielleicht noch eine weitere Gebetserhöhung oder ein Wunder, was ihr erlebt habt, was ihr den Menschen vielleicht mitteilen? Na ja, ich habe viele Gebetserhöhung. Ich habe auch, wie ich an ihr war, dass ich immer was Gebetserhöhung habe. Ich habe immer Gebetserhöhung. Ich habe immer Gebetserhöhung. Dann mache ich mich leicht. Und das habe ich Gott getan. Ich bin nicht klar. Also, Gebetserhöhung ist wichtig. Ja, Gebetserhöhung ist wichtig. Ich kann mich da verstellen, dass ihr das auch noch einmal getan habt. Und auch wahrscheinlich für dein Sehen und deine Familie. Ja. Für die ganze Missionsarbeit. Ich bin für alles, ja. Schön. Dankeschön, Onkel Ander, für das Gespräch. Ich hoffe, dass ihr das auch mitgebracht habt. Ja, ja. Und gut, wünschend noch einen guten Tag wieder. Dankeschön. Ich habe das gute Ehre, ihr Doner. Ja. Ich habe das gute Ehre. Ja. Macht euch das Sehne. Gut, ja. Danke. Bye. 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 Bye.